Willst du erfolgreicher sein als je zuvor? Willst du endlich erreichen, was du bislang nicht geschafft oder nicht einmal gewagt hast? Hier wirst du deinen inneren Tank mit Gedanken füllen, die dich ganz sicher zum Erfolg tragen. Wirklich ganz sicher? Ja, denn hast du schon mal überlegt, warum Erfolg so heißt? Erfolg ist das, was folgt, und zwar deinen Gedanken. Du allein bist die Quelle deines Erfolges. Und die folgenden 99 Affirmationen werden dich auf unwiderstehlichen Erfolg programmieren. Hör diese positiven Gedanken mindestens 30 Tage am Stück an wieder und wieder, und du wirst erfolgreicher sein als je zuvor. Das verspreche ich dir, nimm mich beim Wort. Mein Name ist Martin Wehrle und los geht's! Ich habe die Kraft, alles auf dieser Welt zu erreichen. Diese Kraft ist in mir seit meinem ersten Tag auf dieser Erde. Diese Kraft hat mich zu dem starken Charakter gemacht, der ich heute bin. Ich bin groß und machtvoll. Ich gehe auf sicheren Beinen meinem Ziel entgegen. Ich weiß genau, was ich will und ich hole es mir. Je mehr ich mich auf diese Kraft konzentriere, desto stärker macht sie mich. Ich kann mich jederzeit entscheiden, meine Kräfte freizusetzen. Denn ich kenne das Ventil für meine Kräfte. Es ist mein Bären starker Wille. Alles, was ich wirklich will, setzt Riesenkräfte in mir frei. Alles, was ich wirklich will, werde ich bekommen. Denn ich bin stark. Ich bin unwiderstehlich. Mein Wille ist stärker als meine Fäuste. Mein Wille geht durch jede Wand. Ich bin reich an Energie. Ich bin reich an Visionen. Ich bin Energie. Ich bin Vision. Ich sehe genau vor Augen, was ich kraftvoll erreiche. Und ich weiß, dass der Erfolg immer meinen Gedanken folgt. Ja, ich kann es. Ja, ich schaffe es. Ja, ich will es. Ich bin erfolgreich. Ich bin erfolgreich. Ich bin erfolgreich. Ich habe die Kraft, alles auf dieser Welt zu erreichen. Ich entscheide mich dafür, jeden Tag auf dieser Welt zu genießen. Ich entscheide mich dafür, meinen Träumen zu folgen. Ich entscheide mich dafür, mir ein Leben nach meinen Wünschen einzurichten. Ich entscheide mich dafür, meine Energie wie einen Laserstrahl auf meine Ziele zu lenken. Ich will genau das erreichen. Ich will genau das erreichen, womit es mir am besten geht. Ich will genau das erreichen, was mir gut tut. Ich sehe mein großes Ziel in allen Farben vor meinem inneren Auge. Ich spüre, dass mich dieses Ziel wie ein riesiger Magnet anzieht. Ich spüre, dass dieses Ziel meinen Willen entfesselt. Ich spüre, wie sich mein Wille in mir als Energie ausbreitet. Ich weiß, dass mein Wille stark wie eine Naturgewalt ist. Ich weiß, dass mein Wille jedes Hindernis beiseite fegt. Ich weiß, dass mein Wille immer bekommt, was er will. Ich lasse es zu, dass dieser Wille jede meiner Zellen durchdringt. Ich lasse diesen Willen meine Gedanken bestimmen. Ich will. Ich lasse diesen Willen meinen Körper bestimmen. Ich will. Ich gebe mich meiner Willenskraft hin. Ich will. Ich bin pure Kraft. Ich will. Ich bin purer Wille. Ich will. Ich bin pure Willenskraft. Ich will. Ich sehe genau vor Augen, was ich kraftvoll erreiche. Und ich weiß, dass der Erfolg immer meinen Gedanken folgt. Ja, ich kann es. Ja, ich schaffe es. Ja, ich will es. Ich bin erfolgreich. Ich bin erfolgreich. Ich bin erfolgreich. Ich bin reich, weil ich alles habe, was ich brauche. Ich bin reich, weil ich Erfüllung in mein Leben ziehe. Ich bin reich, weil ich von Tag zu Tag glücklich erlebe. Ich bin reich, weil ich inspirierende Menschen in mein Leben ziehe. Ich bin reich, weil ich liebe, was ich tue und tue, was ich liebe. Ich bin reich, weil ich immer genug Geld anziehe. Ich freue mich über mein Geld. Also freut es sich auch an mir. Ich lege mein Geld gut an, also legt es sich nie mit mir an. Ich nutze mein Geld so, dass es mein Leben bereichert. Ich nutze mein Geld so, dass es auch andere bereichert. Ich tue Gutes mit meinem Geld, deshalb tut mir mein Geld gut. Ich sehe genau vor Augen, was ich finanziell erreiche. Und ich weiß, dass der Erfolg immer meinen Gedanken folgt. Ja, ich kann es. Ja, ich schaffe es. Ja, ich will es. Ich bin erfolgreich. Ich bin erfolgreich. Ich bin erfolgreich. Ich bin richtig gut in meinem Beruf. Ich übertreffe regelmäßig meine Ziele. Ich habe verdammt gute Ideen. Ich habe immer kreative Lösungen. Ich packe an. Ich habe Power. Ich stifte einen großen Nutzen. Ich überzeuge andere, weil ich an mich selber glaube. Ich gewinne Förderer, weil ich gewinnend auftrete und mich gut verkaufe. Ich bin ein Macher. Ich bin immer erfolgreicher und erfolgreicher in meinem Beruf. Ich erreiche genau das, wovon ich träume. Ich bekomme die Position, die ich von Herzen will. Ich bekomme diese Position, weil ich alles, alles dafür tue. Ich bekomme den Auftrag, den ich von Herzen will. Ich bekomme diesen Auftrag, weil ich alles, alles dafür tue. Ich bekomme den Verdienst, den ich von Herzen will. Ich bekomme diesen Verdienst, weil ich alles, alles dafür tue. Ich kenne meine Stärken. Ich setze diese Stärken jeden Tag noch etwas mehr ein. Meine Leistung explodiert. Ich bin die Kraft. Ich bin die Explosion. Ich sprenge jede Grenze. Ich sehe genau vor Augen, was ich im Beruf erreiche. Und ich weiß, dass der Erfolg immer meinen Gedanken folgt. Ich kann es ja. Ich schaffe es ja. Ich will es ja. Ich bin erfolgreich. Ich bin erfolgreich. Ich bin erfolgreich. Das waren die Affirmationen für deinen Erfolg. Hör sie regelmäßig an, mindestens die nächsten 30 Tage. Und dein Erfolg wird sich immer mehr ausbreiten in deinem Leben. Erst recht, wenn du zusätzlich meine 99 positiven Gedanken hörst, die dein Leben zum Besten verändern. Ich verlinke dir diese spannenden Affirmationen in der Infobox und unter diesem Video. Und ich freue mich schon sehr, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Viel Erfolg im wahrsten Sinne. Dein Coach Martin Bärle. Denk Israel.